Wir sind in Schussposition. Sicht auf zwei bewaffnete Ziele versteckt im Feld. Grünes Licht. Ausschalten, wenn möglich. Roger. Warten. Gas. Kein Wind. 200 Meter. Mein Zeichen. Bravo. Wie sieht's aus? Bravo. Der Status? Treffer, Watcher. Zwei tot. Sehr gut. Rück vor und seht, was ihr rausfindet. Mobile Patrouillen und ein Bootenteam vor uns. Visier an, Sergeant. Sehen wir mit was wir es zu tun haben? Ich sehe sie. Kartell? Vermutlich. Schleichen wir uns an ihnen vorbei. Mal sehen, was sie vor uns verbergen. Bleib unten zwischen den Gräsern. Wir müssen nicht kämpfen. Watcher an, Bravo. Wie sieht's aus, Jungs? Unterwegs, Last War. Kartellwachen im Einsatz. Irgendwas, wo eine Rakete drin sein könnte. Negativ. Verstanden. Weitersuchen. Ende. Warte, zwei Links. Folge meinem Laser mit deinem Thermalvisier. Sichtkontakt. Du nimmst ihn. Ich den anderen. Ah, bei der Arbeit einfach umfallen. Saubere Schüsse. Vorrücken. Bleib bei mir. Bravo, hier Watcher. Wie ist euer Status? In der Nähe der Windrader. Verstanden. Begebt euch zur Baumgrenze vor euch. Sie wird etwas Deckung geben. Bestätigt. Moment. Da kommen Fahrzeuge. Siehst du das? Containertruck. Ja. Richtige Größe für eine Rakete. Folgen wir ihm. Bravo, Unwatcher. Wir haben Transporter nördlich von unserer Position entdeckt. Einer transportiert einen Container. Könnten die Raketen sein. Verstanden. Deswegen sind wir hier. Ich folge der Küste für eine bessere Sicht. Dranbleiben. Okay. Ende. Tunnel unter der Straße. So kommen wir auf die andere Seite. Ja. Nach dir. Kartelle und Terroristen. Komische Kombi, oder? Terroristen geht es um die Vergangenheit. Marcos um die Zukunft. Was haben sie gemeinsam? Reviere und frisches Blut. Sie ziehen die Jugend an. Ihnen gehen nie die Rekruten aus. Das Gras ist höher und bietet mehr Deckung. Druck dich und sei unauffällig. Warte. Aktivität. Komm näher. Kleine Patrouille. Direkt vor uns. Versteck die Wassergas. Versuche ihre Wege voraus zu ahnen. Wenn du ausweichen musst, dann langsam und ruhig. Keine schnellen Bewegungen. Nicht bewegen. Das wird knapp. close, bis zum Schauspieler. bis zum Schauspielern, bis zum Schauspielern. Warte, da sind noch zwei. Benutze Benjamal-Visier. Ich hab sie. Schalte ihn aus. Ich nehme den anderen. Direkt ins Ziel. Wir haben's noch drauf. Wir kommen weiter. Gess, das Gebäude voraus. Draußen ist Nomad. Aber drinnen vielleicht. Überprüfe das Gebäude mit deinem Herzschlag-Sensor. Sicher, drinnen ist nichts. Roger. In Bewegung bleiben. Offenbar sind sie stehen geblieben. Nicht angreifen. Da kommen wir unbemerkt vorbei. Er bewegt sich wieder. Kein Sichtkontakt. Verstanden. Ich halte nach ihm Ausschau. In Bewegung bleiben. In Bewegung bleiben. Baumkratze voraus. Rüber da. Die Räume bieten uns bessere Deckung, aber bleib aufmerksam. Der Truck mit dem Container ist hier. Sie könnten ihn ins Lagerhaus entladen. Mehrere Bewaffnete im Bereich. Gestätigt. Wir sind fast da. Direkt hinter diesem Kamm haben wir Sicht auf das Hauptgebäude. Wenn die Raketen hier sind, könnten sie da drin sein. Bewegen wir uns entlang der Windräder auf den Kamm zu Laswar. Gut. Ihr nähert euch den Hauptgebäuden. Vom Hügel aus könnt ihr sie sehen. Das Wetter ist auf unserer Seite. Nebel. Schlechte Sicht. Das und die Tarnanzüge sollten uns verborgen halten. Hauptgebäude gesichtet. 400 Meter auf 1 Uhr. Verstanden. Finde einen Platz im Gras. Dann schauen wir mal, wer da ist. Klemm dich hinter dein Visier und erkunde die Gegend. Heilige Scheiße, Captain. So viele Ziele. Bestätigt. Hier wimmelt es von Kartelleinheiten. Benutze deinen variablen Zoom von hier. Das ist weit weg. Nicht schießen. Greif erst dann, wenn ich die Entfernung weiß. Roger. Wir sind bereit. Schaltet von dort so viele wie möglich aus. Fangt mit den Verstreuten an. Verstanden. Dann los, Sir. Nach dir. Es ist nur er. Kompensiere dreieinhalb Striche für Geschossabfall. Ausgeräuchert. Netter Schuss. Wachsam bleiben. Sie dürfen die Leichen der anderen Patrouille nicht finden. Er ist allein. Vierstriche Geschossabfall. Ein Todesfall. Nicht übel. Auf dein solchen. Dreieinhalb Striche. Das Kartell beißt ins Gras. Guter Scheiß. Er ist ganz allein. Dreieinhalb Striche. Erwischt. Er ist am Boden. Es ist nur er. Dreieinhalb Striche. Das war's. Mieser Tag im Büro. Wachsam bleiben. Vorber. Er ist im Blick von drei anderen. Vielleicht gehen sie auseinander. Er ist allein. Zweieinhalb Striche. sauberer treffer noch ein toter narco ich hab seinen freund drei striche happy sauberer schüsse erledige ihn sein freund gehört mir zweieinhalb striche das war's für ihn es ist nur er geduld sergeant mehrere kartellwachen können ihn sehen vielleicht teilen sie sich noch auf das sind zivilisten sie sind nicht bewaffnet was haben zivilisten hier zu suchen dieser brotplatz ist im betrieb jemand muss die fische füttern er ist ganz allein drei striche hat ihn getroffen das lassen das kartell hat offene stellen du nimmst einen ich den anderen drei striche abgekratzt sauberer schüsse geduld sergeant mehrere kartellwachen können ihn sehen vielleicht teilen sie sich noch auf zwei andere können ihn sehen suche eine stelle um zwei mit einer kugel auszuschalten schaltet zwei auf einmal aus ich nehm den anderen vier striche vier striche eliminiert krasser scheiß offenbar taugt der scharfschützenkuss noch was es ist nur er das war's für ihn vorzeitiger ruhestand schaltet die zwei gleichzeitig aus ich nehm ihren freund ausgeräuchert mit du b Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Roger. Verstanden und bestätigt. Achtung, ich erkenne keine Aktivität. Wenn Sie Raketen transportieren, sind Sie entweder schon lange weg oder irgendwo in diesen Gebäuden. Moment. Gas von der Rücksette des Gebäudes kommen Fahrzeuge in deine Richtung. Sie haben dich wohl nicht gesehen. Sei vorsichtig. Versteck die Waffe Gas. Sie verlassen die Fahrzeuge. Sie finden dich nicht, wenn du dich nicht bewegst. Wenn du auf ein Feuergefecht aus bist, wirst du es bekommen. Sie tragen Panzer rum. Ziel auf den Kopf, wenn du angreifst. Das war's für heute. 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 Wir trainieren. Das war's für heute. 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 Was? Das ist für heute. Das war's 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 für heute. Tod von oben. Getroffen. Tod von oben, Wichser. Brothaus ist sicher, keine Container, die groß genug für eine Rakete sind. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Seh dich um, vielleicht findest du was. Okay, bin dran. Hab was gefunden. Was? Laubhausen. Hinter diesem Ort steckt mehr als vermutet. Da sind Tunnel unter dem Leuchtturm. Dann sollten wir zum Leuchtturm. Wir treffen uns draußen. Verstanden. Jungs, weiter. Wir sind ein kleines Team. Wenn Sie Verstärkung rufen, wird das schnell unbequem. Wir haben hier eigentlich nichts zu suchen, sonst wären wir mehr. Das stimmt, Kate. Geh davon aus, dass das Kartell alle Kämpfer mobilisiert hat. Rechne mit starkem Widerstand. Dank des Nebels und der Tarnanzüge werden sie uns nicht kommen sehen. Erkundungsscharf, Schütze. Das ist dein Ding, Captain. Dann sehen wir mal. Wir müssen mit dem Rolex haben. Nummer drei. Und jetzt sind wir alle kَّleiteristen. mit consexalous phiöre? Wir haben marched'n tower read. Geh dannvorsachte und behave. Wir müssen das Kartell von diesem Ziel entfernen und vorrücken. Er ist ganz allein. Zwei Striche. Hab ihn. Gut geschossen. Wachsam bleiben. Sie dürfen die Leichen der anderen Patrouille nicht finden. Du nimmst ihn, ich den anderen. Zwei Striche. Ein Todesfall. Guter Scheiß. Er ist allein. Zweieinhalb Striche. Ah, bei der Arbeit einfach umfallen. Er ist ganz allein. Zweieinhalb Striche. Abgekratzt. Er ist am Boden. Ich hab seinen Freund. Zwei Striche. Ziel auf den Kopf. Sauberer Treffer. Sauberer Schüsse. Zwei andere sehen ihn. Such eine Stelle, um zwei mit einer Kugel zu treffen. Das ist nur er. Zweieinhalb Striche. Ziel auf den Kopf. Hab ihn getroffen. Sein Tag ist vorbei. Sein Tag ist vorbei. Er ist allein. Zweieinhalb Striche. Was war's? Gut geschossen. Schalte ihn aus. Ich nehme den anderen. Zweieinhalb Striche. Erwischt. Wir haben's noch drauf. Schalte die zwei gleichzeitig aus. Ich nehme Ihren Freund. Zweieinhalb Striche. Das Kartell beißt ins Gras. Krasser Scheiß. Offenbar taugt der Scharfsschützenkurs noch was. Er ist in Sichtweite von zwei anderen. Kannst du die Stelle wechseln und zwei auf einmal treffen? Ach, es ist nur ein Kugel zu Assim. Und dann haben wir viele drei. Da ist zurückgezogen. Was ist für ein Kugel. Ich habe einen Kugel. Anf讚. Ich habe einen Kugel im Fluss. Eren. Über die Schlafstelle. Dessert premier, er ist ein Kugel. Geht ansonsten. Und da, haben wir einen Kugel verlassen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Schütze eliminiert. Sie ziehen sich ins Innere zurück. Auf die Fenster achten. Gas. Auf der Straße da unten tut sich was. Moment. Drei andere sehen ihn. Die könnten weggehen. Mist, er hat einen Schuss gehört. Scheiße, da kommen sie. Getroffen. Du bist sicher, Gas. Gut geschossen, Sergeant. Kein Kartell mehr im Gebiet. Danke. Alle tot durch plötzliches Loch im Kopf. Captain, diese Typen sind nicht vom Kartell. Verstanden. Finde einen Weg hinein. Wir müssen wissen, ob Raketen in diesen Gebäuden versteckt sind. Alles klar. Ich bin dabei. Verstanden. Ich vermute, es ist Al-Katala. Hassans Männer. Wenn Hassan Soldaten hier hat, dann läuft irgendwas. Oder Leaf. Der Leuchtturm ist von mehreren Gebäuden umgeben. Geh da hin und überprüfe sie. Geh da hin und überprüfen. Die Gebäude sind ja, Sergeant. Treffer! Er ist am Boden. Garage sicher. Ich hab was. Kisten und Koffer. Alles russisch. Was ist drin? Sie sind leer. Frisch ausgepackt. Russland unterstützt den Iran. Vielleicht helfen Sie Hassan auch direkt. Das wird immer größer, John. Die Gebäude gegenüber sind noch bewacht. Sichere sie und such den Eingang zu diesen Tunneln. Okay, bin dran. Okay, bin dran. Auf dem Dach. Brauche Deckung. Die Gebäude ist nicht an, Sergeant. Die Gebäude ist nicht an, Sergeant. Die Gebäude ist nicht an, Agent. Was ist das? Rennsendung, Grenada! Ich hab noch einen. Innenraum sicher. Das reinste Schmugglerparadies. Was siehst du? Tote Feinde und unzählige Pakete voller... was auch immer. Drogen vermutlich. Raketen? Negativ. Sieht nach Wohnbereich aus. Bleib da, Cass. Ich stoße zu dir. Wir müssen einen Weg in diese Tunnel finden. Ich hab hier vielleicht was, Captain. Hilf mir mal, okay? Ich schiebe, du ziehst. Okay? Okay, wir haben den Durchgang. Gute Arbeit. Sieh dir das an. Jackpot. So Info. Boote nähern sich meiner Position. Brauchst du Hilfe? Könnten Fischer sein. Haltet euch an die Mission. Gehen nach. Steige ihn ab. Kartelle Liebentunnel. Im Gegensatz zu mir. Alter vor Schönheit, Captain. Ganz schön weitläufig. Du musst zum Wasser führen. Kate, ich bin in den Tunneln. Sie führen zur Küste. Alles okay? Die Boote nähern sich weiterhin. Bisher kein Ärger. Das gefällt mir nicht, Kate. Das gehört zum Geschäft, John. Du solltest nicht allein da draußen sein. Bin ich nicht. Ich bin so weit, dass wir uns herlaufen. Ende. Sicher. Endstation. Sieh dir das an. Ein U-Board. Was zur Hölle? Kartelle nutzen sie für den Transport. Da passt eine Rakete rein. Gerade so. Aber das Ding schaffts nie über den Atlantik. Kate. Wir sind in einer Höhle direkt vor der Küste. Keine Wachen. Keine Raketen. Verstanden. Bin direkt gegenüber. Ich hab hier Probleme, John. Okay, wir kommen. Gas. Richte deine Waffe aufs Meer. Was ist los? Boote nähern sich. Sieht aus wie Alcatala. Sie haben Waffen. Kontakt! Greifer an! Kate! Scheiße! Sie entern! Kate! Kate! Laswell! Fuck! Scheiße! Ich seh nicht, was da los ist! Sie haben sie umzwingelt. Kein Ausweg! Alcatala ist an Bord! Sie wollen das Boot oder nicht! Vach von der Steck! Vach von der Steck! Vach von der Steck! Vach von der Steck! Und allein ist das, Lama! Vodoha! 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 Nehmt eure dreckigen Hände weg! Laswell! Laswell! Sie ist auf dem Alcatala-Bord. Sie entführen sie! Sie haben sie, Captain. Sie haben Laswell. Wir müssen verschwinden und mit Shepard reden. Na los! Wir müssen Laswell zurückholen. Los geht's! Auf Wiedersehen!